hallo willkommen zu einem video und heute haben wir halloween und haben ziemlich viele neue spcs bekommen die spc süß oder saures habe ich schon hochgeladen jetzt werde ich die spc kostümparty zeigen heißt falls ihr die lösung von süß oder saures braucht bzw wollt guckt einfach das video an das ich vorhin hochgeladen habe und dann seht ihr auf jeden fall nochmal die lösung und ja werde auch dieses pack sowie in jedem video nach der spc noch mal öffnen und dann könnt ihr auch noch mal schauen wie es bei mir aussah mit dem pack muss natürlich nichts heißen und bei dieser spc ich gebe euch ganz kurzen tipp falls jetzt hier irgendein argentin ja zufälligerweise weil die seht ja alles erstbesitzer außer einen spieler falls einer zufälligerweise zu teuer sein sollte also könnt ihr es bisher 1 zu 1 nachkaufen das habe ich extra geguckt von der chemie dass es passt falls irgendein argentin ja gerade zu teuer ist kauft euch einen anderen ihr könnt jeden argentin ja hinstellen den ihr wollt ganz wichtig so lange aber wenigstens ungefähr die richtige position hat also ich habe jetzt 97 chemie liegt daran dass ich zehn erstbesitzer habe normalerweise hättet ihr 87 das heißt sie können zum beispiel jetzt auch noch mal für ein stürmer ich glaube mittelfeldspieler oder irgendwas sowas hinbauen also kann man auch noch ein bisschen halt das anderes machen aber man muss ungefähr die richtigen sachen schon an position haben als kurzer tipp also falls man zu teuer ist einfach einen anderen kaufen von argentinien spielt überhaupt keine rolle er darf sich auch nicht aus dem selben verein sein aber am besten einfach nachkaufen hätte man damit keine probleme und gucken was wir im weg bekommen so shop ist ein prime elektrum spieler pack also gar nicht mal so schlechtes pack kann man was ziehen ja wir haben die schlitz ist gut wo es glaubt ihr fast das ist nicht gesehen haben wir da nicht sich da jawohl es ist ein workout luiz herrlandes ist sehr sehr gut für das pack ich habe dafür 65 münzen als anderes erstbesitzer guck mal kurz was er wert ich habe da überhaupt keine ahnung wo noch ein tatig sehr gutes pack auf jeden fall jawohl es ungefähr 40.000 wert hat es mir komplett gelohnt und ja 35k ja was auf dem video mit einem sehr guten ergebnis habe ich sagen haut rein und ciao